Erstflug vom Android Works Octocopter in Krischkau am 29. Mai 2011, Bauzeit ca. 30 Stunden, volles Carbon Framework mit Mikrokopter Elektronik. Erstflug hat extrem gut geklappt, Vorbereitungen waren aber auch sehr professionell. So, das hat mir der Matthiasch von Copterworks sehr viel geholfen, jetzt links hinten ins Bild kommt. So, wir haben alle Systeme gecheckt heute und man sieht dann in der nächsten Aufnahme schon, dass wir GPS Navigation bzw. auch die Höhenkontrolle ausprobiert haben, das war ein parametrisches System. Zusätzlich haben wir an diesem Tag super Satellitenempfang gehabt von insgesamt 12 Satelliten, das heißt, die Position selber, würde ich sagen, ist in einer gelauchten Kugel von einem Durchmesser. Fliegt extrem stabil, super System, toller Tag.